In der Nacht vor der Entscheidung sind alle Models nervös. Ich auch ein bisschen, denn morgen erlebe ich meine erste Elimination. Die Show wird ein richtiges Feuerwerk. Hallo Models! Wow! Oh! Hallo! Heute ist ein ganz großer, großer Tag für euch und wir wissen das. Es ist das letzte Entscheidungs-Tag und die letzte Elimination und das letzte Runway-Walk. Ich wollte dir auch ein bisschen was zeigen mit deinem Kleid, weil wir haben jetzt ein bisschen Special Effects auf dein Kleid für heute Abend. Soll ich den zeigen? Ja, ja. Okay. 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 Heute müssen die Models Kleider anziehen. Das Brennen hier unten. Aber wir können das nicht sehen auf dem Gesicht, dass die haben Angst. So unten muss das heiß bleiben und dann oben muss das cool bleiben. dann wenn du das tragst, du musst ganz langsam gehen. Hände auf deine Hüfte und ganz, ganz elegant sein, ganz kleine Schritten so. Sexy, powerful sein für Posen. Hände auf die Hüfte oder hinten oben, aber nicht in Feuer rein. Seid ihr aufgeregt? Seid ihr aufgeregt? Ja. Ja. Seid ihr aufgeregt? Ja, ich freue mich darauf irgendwie. Weil das sieht cool aus, das sieht außergewöhnlich aus. Es ist ja, wie man Pyrotechnik direkt am Körper, Wahnsinn. Ja. Aber wenn wir brennen, werden wir auch gleich gelöscht. Wir haben ja da schon hier die Feuerlöscher gesehen und müssen wir auch keine Angst haben. Natürlich nicht, Dieselotte. Unser Team passt schon auf. Ich freue mich schon richtig drauf. Ich glaube, es wird aber auch eine Herausforderung werden, weil ich mache immer ziemlich große Schritte. Jetzt muss ich dann ziemlich kleine machen. Ah, perfekt für den letzten Work, eine Herausforderung. Ah, ich liebe dieses Oberteil. Ja.